Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sabrina und ich bin Familienfotografin aus ganzer Leidenschaft. Seit über zehn Jahren fotografiere ich mit ganz viel Herzblut alles rund um die Familie. Familienfotos sind für mich persönlich sehr wichtig, weil sie immer ein Teil Erinnerung in sich tragen und uns helfen, sich immer viel lebendiger an kleine Details zurück zu erinnern, die wir eigentlich schon längst vergessen hätten, wenn wir sie nicht wieder erleben könnten. Und Familienfotos, das sind nicht nur ihr zu dritt, zu vier, zu fünft mit euren Kindern oder Vierbeinern, sondern dazu gehören für mich auch viele andere Fotos, wie zum Beispiel die Schwangerschaft. Ihr als Pärchen allein seid auch schon eine Familie. Die Zeit des Elternwerdens oder die erste Zeit mit eurem Neugeborenen sind für mich auch Familienfotos. Und das Gute ist, man kann in jedem Alter zu jeder Zeit die besten Familienfotos machen. Ich liebe es immer, mit euch einfach rauszugehen. Vielleicht habt ihr einen Lieblingsort oder eine Lieblingskuschelecke zu Hause. Wichtig für die Fotos ist immer, dass ihr einen Ort wählt, wo ihr euch wohlfühlt, mit dem ihr was verbindet, wo ihr den Kopf ausschalten könnt und einfach so sein könnt, wie ihr seid. Ich mag es, wenn ihr einfach tobt, springt, lacht, kuschelt, euch abkitzelt. Seid einfach so, wie ihr seid, denn dann entstehen tatsächlich die besten Aufnahmen von euch als Familie. In jedem Fall freue ich mich, euch kennenzulernen und lasst uns einfach euren Tag gemeinsam gestalten, sodass er für euch perfekt wird. Ich freue mich auf euch. Eure Sabrina.